Das alte Jahr ist Vergangenheit und nun ist es Zeit für einen Neuanfang. Und du weißt und sagst dir, ich will Neues beginnen. Es ist an der Zeit. Und dabei wird dir bewusst, ich muss zu mir selbst finden. Aber wie kann ich das? Dabei sagt dein Inneres dir, du kannst. Ich sage dir nun, wie du es schaffen kannst. Als nächstes, lausche jetzt meiner kleinen Meditationssitzung. Am besten ist, du schließt deine Augen und lässt dich einfach führen. Stell dir vor, du befindest dich auf einer blühenden Wiese. Du schaust dich um, breitest deine Arme aus und fühlst dich frei. Du genießt diesen Moment. Atmest tief den Duft der blühenden Wiese ein. Lässt den lauen Wind um dich wehen. Und nun schaust du nach vorn. Ein kleines Wäldchen ist dort. Und da gehst du drauf zu. Du bekommst den Duft des Waldes zu spüren. Nun bist du an dem schönen Wald angekommen. Ein Baum erweckt dein Interesse. Du gehst zu ihm und setzt dich an ihn. Er gibt dir Stütze und Halt. Du atmest tief ein und aus. Und lässt deine Gedanken ziehen. Du genießt es, ganz alleine da zu sitzen. Und du spürst das Verlangen. All das, was du möchtest. Deine Wünsche. Deine Vorhaben. Dem Baum es zu erzählen. Er ist dein Vertrauter. Und das spürst du. Nachdem du deine Zwiesprache mit dem Baum beendet hast, schaust du in den Wald. Und zwischen den Bäumen funkeln die Sonnenstrahlen. Und nun erkennst du deinen Weg. Den Weg, den du nehmen musst. Gehen musst, um das zu erreichen, was du neu beginnen willst. Eine tiefe Zufriedenheit macht sich in dir breit. Gott, dir ist es jetzt klar. Und du sagst dir. Ich schaffe diesen Neuanfang. Denn Ruhe und Frieden ist in mir. Genieße diesen Frieden. Und du spürst die Kraft und Energie in deinem Ich. Mit diesem Gefühl verabschiedest du dich von deinem Baum. Nun bist du bereit. Denn endlich bist du befreit und hast die Kraft und Energie für deinen Neuanfang. Nimm den Zauber der Natur, der Schöpfung, wie in einer Andacht, in demütiger Dankbarkeit an. Und komme langsam in die Realität zurück. Zurück in dein Leben. Ja, meine Lieben, probiere es immer wieder aus. Glaube mir, es wird dir wirklich helfen. Und zum Abschluss möchte ich nochmal betonen. In meiner Praxis könnt ihr an solchen und ähnlichen Meditationen unter meiner Führung teilnehmen. In lichtvoller Liebe. Eure Diria